hallo alle zusammen und zwar haben wir seit heute 1.5 draußen und wir haben den neuen map abschnitt bekommen wo es ja 14 kisten und ein sparschwein zu holen ist und genau das werden wir jetzt einmal erledigen wir schalten doch alle teleporter einmal frei und ich würde sagen wir fangen an mehr stelle an also wir laufen hier einmal rüber und holen uns diese kiste dann geht es einmal in die andere richtung da seht ihr schon die nächste kiste genau die dann auch weiter hoch zum teleporter den ich habe und direkt am teleporter haben wir die nächste dann gibt es ja mal mit den aufzug hoch hier befinden sich noch mal zwei ich nicht so ganz okay wir haben hier vorne eine und eigentlich eine da oben eigentlich sollte hier auch eine sonne aber okay dann wollten wir einmal hier runter laufen in diese richtung jetzt dann geht es hier rüber wir haben wir wieder gleich einen teleporter und eine kiste das werden wir dann später herausfinden dann wie ich schon sagte aber hier ein teleporter und noch mal eine kiste ok jetzt werden wir nicht mehr weiter laufen wir werden hier einmal rüber porten und dann diese richtung einschlagen dann nehmen wir die die holen wir uns natürlich direkt auch ab das geht ruck zuck können wir auch autokampf eben an machen dann 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das wär's für heute gewesen. So, wir haben mittlerweile acht Stück. Okay, dann würde ich sagen, wir können jetzt einmal hier hoch oder einmal runter. Wir gehen da mal runter, ne? Genau. Und da ging es zwar hoch, aber... Ja. Alles klar, da hätten wir die. Wir müssen noch schauen, was das alles ist. Wir können wieder steigen. Dann laufen wir erstmal in die Ecke da hinten. Hier müsste auch das Barschwein sein, in der Stelle. Das müssen wir uns später holen. Dann haben wir alles erledigt dann. So, dann machen wir einmal den Elite. Okay. 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 Hey. Okay. Okay, 관�gen! Okay. Das ist vielleicht auch. Die macht schon ordentlich Damage. So, der Gegner mein ich. Das wär dann die gewesen, dann geht's hier und über. Da gab es nix mehr, sekunde lasst mich einmal schauen. Da waren wir von da sind wir gekommen, die Kiste haben wir, wir müssen einmal nach oben. So, Krippe runter besser gesagt. Hm, da gibt's auch schon wieder so einen Stein. So, da unten gibt's nen neuen Boss. Wir haben uns aber erstmal nicht interessiert, was er sagt, unser auch 5. Hm, ok. Einmal wehen. Und dann geht's hier rein. So. So. Okay, dann müsst ihr erstmal komplett alles durchspielen, bis ihr wieder in diesen Spiegel rein könnt. So, hier geht ihr einmal rein. Und habt ihr nur die Auswahl einspiegeln. Dann müssen wir jetzt folgen. nicht rechts, nicht rechts, nicht Mitte, links. Da müsst ihr rein. Dann haben wir ja eher in der Mitte die Truhe stehen. Die nehmen wir mit. So. So, jetzt haben wir schon 13. Dann geht's in die Mitte. Ganz wichtig, nicht rechts, nicht links, in die Mitte. Und dann dreht ihr euch um und da hinten haben wir nochmal eine Kiste. Das ist Nummer 14. Dementsprechend haben wir jetzt 14 Kisten. Das passt alles so weit, wie es sein soll. Und das Sparschwein, das machen wir gleich auch nochmal. Und die Ehrlicht-Kisten, die sammeln wir jetzt auch nochmal ein. Bis ihr nicht wisst, was es ist, ich werde euch reinposten, was man da machen muss, damit man sie bekommt. Also erstmal komplett alle Quests erledigen. Das habe ich in der Zwischenzeit schon gemacht. Und dann bekommt ihr diese Ehrlicht-Sammlung. Wie gesagt, ich werde euch posten in der Beschreibung, wo was... Ja, was man hier, wenn man an der Stange ist, zu tun hat. Das wäre die eine Kiste gewesen. Dann geht's zu der einmal. Dann haben wir das auch. Und dann nehmen wir noch die. Genau, das passt ganz gut. Da können wir direkt zum Sparschwein gehen. Das Sparschwein befindet sich an dieser Stelle hier unten. Und da gehen wir jetzt einmal hin. Und holen uns auf dem Weg noch die eine ab. Ehrlich gesagt, in der Beschreibung, falls ihr nicht wisst, was ihr dort machen müsst. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir das Sparschwein erwischen. Das steht da vorne. Ähm... Wir müssen... Ne... Was ist das denn jetzt hier? Lass mich in Ruhe. Ich will das gar nicht. Und da ist das Sparschwein. Aufpassen, dass es euch nicht abhaut. Und das müssen wir jetzt einmal besiegen. Machen wir eben just. Dann wär's das schon von meiner Seite gewesen. Okay, das wär der Sparschwein gewesen. Alles klar, das waren sie alle. Die ganzen Truhen, die wir bekommen können. Zumindest... Ja... Das Rätsel, das hatte ich auch schon gemacht. Aber das habe ich gepostet. Genau, das wären sie alle gewesen. Hier sind wir komplett ruhig. Das wär's mit dem Content von 1,5. Waren ganz in Ordnung. War ne Menge... Zu erledigen. Und ich sag... Ciao, ciao. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.